Hallo und guten Tag. Mein Name ist Christoph Schlüter. Ich bin Geschäftsführer hier im Autohaus Gebrüder Schwarte und habe zu Corona-Zeiten ein ganz besonderes Angebot für Sie. Sie können bei uns eine kontaktlose Probefahrt vereinbaren. Das Einzige, was wir brauchen, ist Ihren Führerschein und Ihren Personalausweis. Schon kann es losgehen. Wir stellen das Fahrzeug für Sie parat und Sie können, ohne das Haus betreten zu müssen, das Fahrzeug gerne ausprobieren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie davon Gebrauch machen und freuen uns vor allen Dingen auf einen Besuch hier bei uns im Autohaus Gebrüder Schwarte. Danke!